Leute, ich muss euch mal wirklich Danke sagen, weil wir haben so geile Fans bei Powerwolf. Ich habe das die letzten Tage verfolgt. Wenn hier die Tore aufgehen, ja, dann stürmen die Leute, das ist jetzt kein Scheiß. Die stürmen hier nach vorne zur Bühne, ungefähr in diesem Tempo, um ganz vorne dabei zu sein. Der Kirschturm frei zum Himmel steht, der Wein gereift, die Erde weht, dem Herrn so nah im Stoßgebet. 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 Stoßgebet.